Ich mach das. Nein, ich mach's nicht. Egal, komm. Aufgeschissen. Egal. Was platt ist, ist platt. Fangen wir mal direkt so an. Nein, und der Schali wird auch noch getroffen. Zack. Ja. Das war doch dann mal... Bum. Alle weg. Wo ist denn schon wieder ein Wolf? Lauf. Scheiße, scheiße. Der ist nah. Nein, 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 nein. Geh. Renn. Unterkühlt. Wolf am Arsch. Erregst mich doch. Ich gib's doch nicht. Ich trau mich nicht, mich gut. Lauf. Ich glaub, hier ist ne Sackgasse. Das ging nicht anders. Scheiß Dreck. Ey, wo kam der her? Hier ist nix, oder? Ah, hier ist doch... Stimmt, hier ist die Sackgasse. Hier ist gar nichts. 40 Prozent. Was hier? Kommt man da rein, oder was? Alter, bitte. Lass mich hier rein. Gibt's hier irgendwas zu holen? Kann ich nicht hier... Jedes Mal verkackt der Scheiße funktioniert der Mist nicht so, wie ich das will? Geh jetzt weg, du Tante! Was ist jetzt hier? Verpiss dich! Ah ja, genau. Direkt vor mir. Ja, genau. Wieso funktioniert das jetzt und manchmal funktioniert das nicht? Ich check das nicht. Ja, hier, deine hässliche Fresse. Ich fotografier. Zack. Kommst nicht ins Familienalbum. Ah, hau ab, du. Zack. Und jetzt wird's immer schneller. Was ist das? Stinksauer! Ja, ich bin auch stinksauer. So, tau doch ab, Mann. Noch einmal. Ein Scheiß-Drecks-Foodo brauche ich bestimmt nur noch, oder? Immer noch nicht. Die ist noch sauerer geworden als sauer. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich hab's. Ich hab sie erwischt. Ja, endlich. Nach 150.000 Mal. Und wenn hier jetzt noch einer schreit, ja, der kommt dann mit zur Dienstwache und so ein Handfesseln. Verstanden? Mich hat was gestochen. Autsch! Ah, da war eine Biene. Ich bin noch allergisch. Ich bin allergisch. Ah! Ah! Zentrale Fischstreife 1. Medic! Ah! Ah! Ich ruf mal, ich ruf mal in den Mediziner. Ich bin noch allergisch gegen Bienenstiche. Ah! Legen Sie sich mal auf den Boden, legen Sie sich, legen Sie sich auf den Boden, bitte. Legen Sie sich bitte auf den Boden. Ah, ich kann nicht. Mein Kopf wird ganz rot. Glauben Sie, haben Sie irgendwelche Medizin, Tabletten oder sonstiges dagegen? Nein, leider nicht. Ja, hab ich eben mein Auto. Das ist direkt. Du wärst, dass du mir mal verbraucht hast. Pass, 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 pass. Aber wir könnten mich doch nicht einfach noch tasern da.